Oh mein Gott, bin ich halt erschrocken Hey! Kinder! Was geht'n bei euch ab? Inferno! Bum bum, schon wieder, ja, 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 ich weiß Haben wir ja letztens gespielt, aber dafür kann ich nix Ihr alle so... Ja, ich weiß, ihr wollt'n nicht immer die gleichen Maps sehen Oh mein Gott, hallo, guten Tag, mein Sir! Mein Sir, was? Russen? The Russians are gonna kill me So viele Gegner, wow! Guck mal, wie viele Gegner's da sind, wow! Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Keeler, Bick Ja, 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 ja Keeler, oh nice Gehe, 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 gehe Weißt du, ich komme nicht aus der Tür raus, ich bin zu fett geworden, weil ich so gut bin Gebt mal acht, wie die uns gleich ficken Vor allem diese Energy Ey, der hat vorhin so ausgeteilt in der Warm-Up-Runde Eklig, richtig eklig Die Akustik ist so bad in the server Heißt das jetzt Apartments eigentlich? Ihr konntet noch gar nicht antworten, weil die Folge jetzt erst online kommt Aber ja, hier ist einer Wo ist er? Hier war einer drin Hinter diesen Holzdingern war einer Und er ist halt einfach weggesprungen oder so Man weiß es nicht, auf jeden Fall war da einer Da war einer, ich hab ihn gesehen Das ist kein Hirngespinster oder sowas Da war einer Ich bin mir sicher, dass da einer war Manchmal mache ich einfach so komische Gesichter Vielleicht merkt er es ja gar nicht Aber vielleicht merkt er es auch Ich weiß es nicht Ich versuche das immer ziemlich unauffällig zu machen Ich muss mich echt verbessern Wie unsere Leute die ficken Oh, oh, oh Nicht übermütig werden So stark ist die Fickung unsererseits wohl doch nicht Ich kann dich nicht verstehen, Mann Gnetschkins Brava Oh Gott, I'm so fucking tight, isn't it? Yes, it is Hey, Huhn, wie geht's dir? BITCH Ich wollte eigentlich in den Kopf schießen Ich habe es aber nicht geschafft Alter, ich bin so ein schlechter Schütze Ich bin immer auch ein Tontaubenschütze Verstehst du, das war ein Huhn Keine Tontaubenschütze Spiel jetzt nochmal weiter Lachen jetzt so blöd Ist der schon gut? Ich wollte Schüttze sagen, aber ich habe Schütt gesagt KILLER KAL Oh, die goldigen kleinen Russen Ich habe jetzt herausgehört, dass das ein kleiner Russe war, oder? Hat sich ziemlich klein angehört Thanks, bitch Ich heiß doch KILLER und nicht Bitch Aber naja, okay Die sind halt echt immer mit Wodka vollgetankt Oh Gott, der Mate ist schon vorgeruscht Ich wollte gerade sagen Fuck, ich höre was Nein, du Schnitzelkind Ich bin einfach so ein dumm Bock Ich bin mein Scheißfleisch Warum habe ich nicht einfach mit der M4 umgerult? Merkt ihr, wie gut es läuft Jetzt, wo es Tag ist Es ist so schön Am Tag läuft es ohne Ende Komm mal dahin, die kann ich sehen Ich habe keinen Strahler draußen hingestellt Die Nachbar würden sich an den Kopf lange Das ist dark Yeah, it is Schafft er locker Ich fände mir voll, wie es gerade läuft Aber nicht den Abend vor dem Brot loben Ja, sonst hat man nämlich am nächsten Tag Schlecht Wetter droht Wenn jemand was gedroppt haben will Und ich habe jetzt so viel Geld, wie es gerade eben eben hatte 6.000 oder 7.000 Beziehungsweise habe ich noch 1.000 oder 2.000 übrig Was kaufe ich denn da? Was kaufe ich denn da? Scheiße, Mann Jetzt habe ich nicht aufgepasst Oh mein Gott Habt ihr das gesehen? Ach übrigens Russisch und sowas Ich kann es ja mittlerweile Die schreiben jetzt Wow Du hast mich so krass defeated Ich kann es gar nicht fassen Defeated ist Englisch Das könnt ihr auch lesen Wow, du hast mich so krass defeated Mein Nippel wird hart Ich freu mich, was die Was die sich manchmal denken Wenn sie so schreiben Aber naja Oh Gott Apartments Oh Gott Und ich häng Müsste ich hängen hier I'm hanging like a bitch Was macht man da? Was ist da Phase? Ich kenn mich doch nicht aus in dem Idee Ich habe lange Zeit als Truck Mechaniker geschafft Merkst du was? Oh Sau Du mein Idee einfach durch den Smoke durchzulaufen, oder? Oh mein Kommentar dazu Oh nein Nein, ich bin glaube ich ja eben gestorben irgendwie Da ist einer Papapam Doch nicht Da ist einer Rechts, rechts, rechts Papapam Ja Oh, viel zu hektisch Oh, hätte ich besser gemacht Ne, hätte ich wahrscheinlich nicht Ich wäre da über die Schwelle gelaufen Und wäre einfach an einem Herzenfakt gestorben Oder mir wäre die Waffe auf den Hoden gefallen Und dann wäre ich gestorben Ja, so wahrscheinlich Boah Alter Was für Füchse Nein, nein, nein Oh mein Gott Bin ich halt erschrocken Drop the beat Ich hätte einfach hocken bleiben sollen Ja, natürlich Das war ja so unübersichtlich Die hätten ja überall sein können Nicht immer so schnell Nicht immer so schnell Da unten schreiben sie übrigens gerade Minus 120 Wow Ich lebe noch Dabei hat er hinter seinem Namen Dead stehen Also der ist ja total verstrahlt Ah, und der andere sagt Du lebst nicht mehr, du vollidiot Da steht auch Dead hinter deinem Namen Und jetzt zeigt er Oh ja, ich sehe es Und der andere sagt Ja, fahr mit 130 gegen eine Wand 130 ist eine Zahl Die ihr auch lesen könnt Ach ja, Russisch Wunderbare Sprache Schön geschrieben Macht Spaß zu lesen Macht wirklich Spaß Er schreibt da unten wieder Wow Ihr seid voll gut Vor allem dieser Killer Und er ist so schön Er kann mich doch überhaupt gar nicht sehen Ich hab doch nur diesen Totenkopf da oben drin Und dieses XA, 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 XA Heißt einfach nur Ja Ja, du hast schon nicht wieder durch Schafft er das? Er ist geschafft Hopp Ah, darauf hab ich gewartet Dass der Pisser kommt Ich bin schon ein Schwein Dass ich dem Kollegen Der jetzt nicht geholfen hab Ne, in der Not Aber Noch drei HP Er hat noch drei HP gehabt 3 HP jetzt irgendwie Ich bin behindert Mein Name ist Nathan Und ich bin behindert Sommercamps sind spachastisch Woher ist das? Woher ist das? Ihr seid doch so durchgepeitscht Ich komme und ficke euch Gepeitscht euch Ich weiß nicht Ob ich das so reimt Wie ich das Kille Dippe-di-dippe-di-du Sprich doch nicht russisch, Mann Ich hab schon verstanden Dass er Apartments ist Aber ich dachte Da vorne bei Hausmeister Wo er eben auch Den Mate gekillt hat Ich kann ja nicht wissen Dass er so klug ist Und oben durch den Scheiß Fick kommt Kann ich jetzt bitte Wieder auf A gehen? Oh, jetzt gehen sie B Jetzt gehen sie B Oh mein Gott Jetzt gehen sie B Äh, wo ist jetzt hier im 4 hingeflogen? Hey Alter, der ist hier weit weggeklatscht Krass Er frickt da unten jetzt noch irgendwie Ob man irgendwie lernen kann Dass man so gut ist wie ich Aber das kann man nicht wirklich lernen Das kann man nicht wirklich lernen Entweder du bist halt nett Richtig Oh mein Gott Na, 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 na Er fickt mich einfach Mit seiner verschissenen AWP Hinfort Oh, da fickt dann Da fickt dann Hat die russische Fraktion Dazu was zu sagen? Natürlich Er schreibt hier Holla die Waldfee Da unten Seht das Ich bin gespannt Wie es jetzt hier bei Terror aussieht Klicke die sind im Stissen Immer noch 3 Leider, leider Ich mache jetzt ja richtig Terror Er stirbt nicht Noch einer Oh, zu zweit Shit Egal, ich hoffe ich konnte lang genug ablenken Dass die anderen planten können Da auf A Sehr gut, die sind schon drauf Ich habe mein Ziel erreicht Alter, geh da runter Wir sehen dich sonst noch Hm Boah Einfach irgendwo hängen Okay, okay, okay Wieder direkt erwartet Dass ich da stehe Ey, es geht nicht alle hin Ich stand da Und habe defensiv gedeckt Mehr oder weniger Halb offensiv Der rennt einfach hin Lässt dich killen Jetzt ist er noch alleine da Okay, nice Wäre es echt bitter gewesen Wenn wir das abgegeben hätten Come on, come on Let's go Yeah Ich verstecke mich hier, Junge Alter, wie wir eskalieren Krass Yeah Scheiß Huhn Noch so ein Scheiß Huhn Yeah Da kenne ich nix Da kenne ich nix What, Nike? Er steht vor der Leiche Was? Nike Schuhe Out of Film Was jetzt nichts heißen soll Ja Die wissen halt Wenn ich hier bei der Apartments Am Start bin Da ist halt wirklich was los Aber ich will nicht raus Komm, ich pflanz gerade nochmal die Bombe Okay Oh my god What the fuck are you talking about? Ich will auch eine umbringen Ich werde jetzt hier mit meinem Hyperpistel Ein bisschen drauf kloppen Und die Bombe ist alleine vorne gestorben Maddy, du sagst das Du sagst das Ach, dann blenden wir einfach Blenden Und so kann es gehen Das war doch schon mal Eine fette Geschichte hier, oder? Komm schon Hatsch, 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 oder? Ja, haha Ich weiß War gut, ja, ich weiß Ja, ich weiß, Leute Ich weiß Guck mal, während ich den Kill mache Ich mach mir erst mal eine Nade vor, okay? Du Pisser Gott Ja, ich bin scheiße gut Ich weiß, komm schon Was? Hab ich da für eine Scheiße bekommen? Nichtsdestotrotz bedanke ich mich bei euch Vielen Dank fürs Zusehen Vielen Dank für eure ganzen Daumen nach oben Macht's gut Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.